Hi Freunde, Mottenmann hier. Braucht ihr Entwicklungssteine, um eure Pokémon zu entwickeln? Zum Beispiel für Evoli einen Feuerstein, einen Donnerstein, Blattstein, Wasserstein oder für einen Mushas? Oder für weiße nicht welches Pokémon braucht ihr diese Entwicklungssteine? Ich zeige euch in diesem Video, wo ihr unendlich viele davon bekommen könnt. Wenn euch das Video gefällt, gebt ihm einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und mir hilft auf YouTube zu wachsen. Vielen Dank vorab. Guckt auch gerne bei Twitch vorbei, ich bin quasi täglich live. Also guckt einfach vorbei, lasst ein Follow da und wenn ich nächstes Mal da bin, kommt gerne vorbei, sagt Hallo, würde ich mich sehr überfreuen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Ja, es gibt einen Ort, wo du Steine bzw. Entwicklungsitems kaufen kannst. Und dafür sind wir in der Stadt. Ihr kennt die Stadt, da wo auch die Akademie ist, in meinem Fall die Orangenakademie, bei Purpur die Traumakademie und diesen Stein findet ihr hier unten, ja, bzw. diese Steine. Und zwar bei Boto-Beutel. Ich mach mir Boto-Beutel mal kurz als Zielort und lauf einmal kurz dahin und zeig euch, wie genau ihr diese Steine bekommen könnt. Ich muss sagen, ich bin in meinem Spielstand durch mit dem Spiel, heißt, ich hab alles erledigt an Quests, was man machen kann. Ab wann genau die Steine da verfügbar sind, weiß ich nicht. Ob sie schon von Anfang an da sind oder ob sie quasi erst neu dazukommen, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber guckt einfach mal bei euch vorbei, bei Boto-Beutel und schaut gerne rein. So, wenn wir jetzt bei Boto-Beutel sind, können wir auf andere Items gehen. Und beim Punkt andere Items finden wir zum Beispiel Feuerstein, Donnerstein, Blattstein, Wasserstein, süßer Apfel, saurer Apfel, Nektar und, und, und. Also extrem viele Sachen, womit ihr die Form von Pokémon ändern könnt, womit ihr Pokémon entwickeln könnt. Ähm, ja, Rauchbälle, Sanftglocken, Ewigstein, damit sich gar nicht entwickelt, Machtreif, Machtgurt, Machtlinse und, und, und. Also ihr kriegt eine Menge Items hier und von allen Dingen Feuerstein, Donnerstein, Blattstein, Wasserstein, süßer Apfel und auch einen sauren Apfel, mit dem ihr halt eure Pokémon entwickeln könnt. Kostet 3000 pro Stück, wie ihr gerade gesehen habt. Wenn ihr dann nun in euer Inventar geht, obala, falsche Taste, in euer Inventar geht auf Beutel, könnt ihr hier einen dieser Steine ausfüllen. Dafür geht ihr oben aufs Bonbon-Symbol und geht dann auf den bestimmten Stein. Zum Beispiel haben wir hier den Blattstein, den setze ich jetzt einfach mal ein auf meinen Evoli und schon entwickelt sich mein Evoli zu seiner Pflanzenform. Ähm, ja, ganz einfache Geschichte. Ein Stein kostet 3000, Evoli müsst ihr in der freien Welt finden und so könnt ihr euch ganz, ganz viele Pokémon entwickeln, die ihr theoretisch auch für euren Pokédex noch benötigt. Wie ich hier zum Beispiel bei diesem Fully Pulver. Ähm, ja, am Anfang habe ich immer gedacht, ah, will ich die Steine wirklich dafür benutzen? Vielleicht kann ich sie noch für irgendwas anderes brauchen. Ähm, ja, hier habe ich die Antwort. Nein, ich kann die benutzen. Es gibt unendlich viele Steine. Ich kann so viele benutzen, wie ich möchte. Hier zum Beispiel ein Wasserstein auch für den Austausch. Also ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Pokémon, die ihr mit diesen Items entwickeln könnt. Und hier bekommt ihr On-Must von diesem Stein, um quasi euch eure liebsten Pokémon zu entwickeln. Ja, das war auch schon das ganze Geheimnis, äh, um die Steine, um die Entwicklungs-Items, äh, das ich euch mitteilen wollte. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gebt gerne einen Daumen nach oben, damit es auch anderen Leuten vorgeschlagen wird. Habt ihr noch Fragen, Anregungen oder habt ihr zum Beispiel auch noch andere, äh, Orte, wo ihr Steine bekommen könnt? Und zum Beispiel einen Mondstein, da habe ich noch nichts gefunden, wo wir den wirklich bekommen können, beziehungsweise wo wir diesen Mondstein dauerhaft farmen können. Äh, einen Mondstein könnt ihr auch zum Beispiel benutzen, um, äh, wie links zu sehen, euer, ähm, Pummelhof zu einem Knuddelhof zu entwickeln. Ich mache es einfach mal nebenbei. Ich habe nämlich noch keinen Knuddelhof. Äh, wisst ihr zum Beispiel, wo es einen Mondstein gibt? Dann schreibt das auch gerne in die Kommentare, wäre ich euch sehr, sehr dankbar, äh, damit wir das einfach wissen. Ich weiß es, ich kann es der Community mitgeben und ich pinne euch das einmal auch an, damit jeder das lesen kann, dass die Information von euch kommt und jeder, äh, auch Bescheid weiß, wo es diesen Mondstein quasi zu finden gibt oder zu kaufen gibt, wie auch immer. Ja, und vergesst nicht ein Abo auf meinem Kanal zu hinterlassen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wäre ich euch sehr dankbar und ihr unterstützt mich damit enorm. Vielen Dank vorab. Ja, viel, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und, äh, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao! Ciao! Ciao!